Der größte Trinkwassersee der Welt. Und wisst ihr, was der Mensch damit macht? Genau, der macht den kaputt. Das können wir Menschen gut. Der Baikalsee in Sibirien beinhaltet 20% des weltweiten Trinkwassers. Das Ding ist so gigantisch und einzigartig, dass über 1500 Tier- und 1000 Pflanzenarten dort leben, die es sonst nirgendwo anders auf der Welt gibt. Die leben nur dort. Und was macht der Mensch? Abwasser von Industrie und Einwohnern in den See pumpen. Nach dem Thema, wenn es die Tiere stört, können sie ja Klager einreichen. Das Ganze wird auch noch heute gemacht, obwohl der See seit 1996 ein UNESCO-Weltkulturerbe ist. Und wisst ihr, was das hier ist?